Wir haben schon wieder das Schneebild für den Schröder. Der geht nur in die Berge, weil er dann schon wieder ein bisschen Skifahren üben kann. Der Videoman muss hinten nacheiern, dafür nimmst du mich mit. Dafür habe ich dich als Scherber dabei. Bewaffnet, ist Festspäller dabei, Käsebrot. Ein Wahnsinnsausblick. Fast kein Wasser mehr auf den Gletscher. Wahnsinn.